Servus und hallo beim Norden, an der Dope Show. Letztens habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was ich halt noch erzählen könnte von meiner Vergangenheit, von meiner Jugend. Dann bin ich ein bisschen weit zurückgegangen mit meinen Erinnerungen und dann ist mir wieder eingefallen, wie das so war als Jugendlicher. Wegen der Prävention und der Aufklärung der Jugendlichen. In den 70er, glaube ich, hat es angefangen, dass die Drogenpolitiker gefordert haben, dass man halt bessere Aufklärung macht. Dann gab es dann mal Poster mit so einem Typen, das gab es bis in die 80er Jahre, so einen Typen, der hatte eine Gruselmaske auf, als Gummi, so eine Faschingsmaske und ein Tablett. Und da lag eine Spritze drauf und ein paar Line Koks und ein Joint. Und drunter stand, der Dealer ist nicht dein Freund. Das hat mich als Kind schon irritiert. Und die Maske war das Phantom der Oper. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Phantom der Oper aus den 50ern. Ich glaube, ich war der damals mit Bela Lugosi und so weiter. Also solche Schauspielerriege. Und da war halt auch dabei das Phantom der Oper. Und diese Maske, Hollywood-Maske, kann man kaufen. Ich glaube auch heute noch. Und das war dann der Typ mit den Silbertabletten und die Drogen. Und der Dealer ist nicht dein Freund. Verstanden hat das von uns keiner. Und wir hatten auch überhaupt kein Interesse dran. Also Drogen haben uns nicht interessiert. Ab und zu mal Bier, weil wir gar nicht gewusst haben, was Drogen sind. Also Bier und Kaffee, so mit 16 rum. Und dann auch Zigaretten. So einen blöden Mädel habe ich angefangen, weil die geraucht hat. Da habe ich auch das Rauchen angefangen. Lange hat es nicht gehalten. Ich war mit der vielleicht zwei Wochen zusammen. Zwei Wochen. Aber diese scheiß Zigaretten-Sucht, die bin ich nicht wieder los geworden. Die habe ich dann vor acht, neun Jahren oder zehn Jahren sowas aufgehört. Habe ich auch schon mal ein Video zugemacht mit der Niko Ritte. Mit dem Inhaler. Und dann, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ah ja, wo ich wieder hin wollte. Und damals, so mit 16, 14, 16. Ja, mit 14 hat es angefangen. Hat es uns interessiert, Pornografie. Ja, da ging das los. Mein Vater hatte Super-8-Filme. Die habe ich ihm immer rausstibitzt. Und bin zu einem Kumpel, der hat einen Projektor gehabt. Und da haben wir uns solche Filme angeschaut. Die waren ohne Ton. Wir hatten keinen Tonprojektor. Aber es war halt damals unter Beschäftigung. Wenn halt Jungs anfangen, sich dafür zu interessieren, dann versuchen sie, Pornos zu erwischen. Jetzt ist es aber so, dass es in Deutschland ein Gesetz gibt, das es unter Strafe stellt, Minderjährigen unter 18 Jahren hart der Pornografie zugänglich zu machen. Jetzt lasst es dir mal ganz tief einsinken. Was unternimmt denn eigentlich die Regierung gegen YouPorn und PornTube, und wie das alles heißt? Da ist bloß so eine lächerliche Abfrage, wo du anklicken musst, ob du volljährig bist oder nicht. Das ist schon die Kontrolle. Das war es dann schon. Also, ich meine, mir ist das egal. Ich schaue ja selber gern. Gebe ich auch zu. VR. VR-Pornos sind echt da Wahnsinn. Aber mir geht es jetzt eher darum, dass das so ein Luftnummergesetz ist. An jedem Deutschen, der das machen würde, jemandem, einem Minderjährigen, das ermöglichen. Das hat wirklich mit lächerlichen Altersbeschränkungen, dieser Witz, den Knopf drücken und das war es. Keiner kontrolliert das. Glücksspiel, ähnliche Nummer. Das überlässt man den Bundesländern. Glücksspiel, wie man das handhabt. Ob man da ein Casino hat für ein Volljährige, wo die ja Geld auf den Kopf schmeißen können und womöglich abhängig werden von der Glücksspielsucht, ist auch nicht ohne. Lässt man zu. Man unternimmt gar nichts. Also im Fernsehen andauernd Werbung läuft, nur für Schleswig-Holstein. Weißt du, erlaubt das. Die anderen Länder, die anderen Leute, hey, was geht denn ab? Ich will das auch haben. Und dann kommt dann die Gier. Das will ich auch. Was der hat, will ich auch haben. Was soll denn das? Und ich kann das verstehen, warum darf der in Bayern nicht das gleiche wie die in Schleswig-Holstein? Und warum wirst du in Bayern mit 0,2 Gramm Cannabis kriegst du da Hausdurchsuchen und in Berlin lassen sie dich bis zu 10 Gramm, nehmen wir es da weg, schreiben wir Anzeige und du darfst gehen. Ungleichbehandlung, oder nicht? Das Bundesverfassungsgericht hat in den 90er Jahren, ich glaube 1998, festgestellt, dass die Regierung eine geringe Menge definieren soll und bis dahin soll er von Strafe abgesehen werden. Hey, wir schreiben das Jahr 2020 und unsere Bundesdrogenbeauftragte tut so, als wäre das eine gute Idee, wenn man mal die geringe Menge angleicht. Die haben sie gerade eben erst überall auf 6 Gramm gelegt, wo es halt Berlin bleibt bei den 15, 10 bis 15 und ich glaube noch 2, 3 andere und ich finde das auch gut. Ey, was soll diese Beschränkung, diese Gängelei, weißt du? Da wird komischerweise riesiges Fass aufgemacht. Wohnungen werden doch sucht, Lebensläufe werden zerstört, Leute werden ins Gefängnis gesteckt, Bewährungen werden vergeben mit Auflagen, die kaum einzuhalten sind oder wenn man sehr kurz zu Ende bricht, dann kriegt man trotzdem mal einen Fitten mit und da wird wieder mein Leben zerstört. Was ist das in meinen Familien auseinandergerissen? Dann hat das so eine Geschichte wegen Albernheiten. Bei den harten Drogen kann ich ja nur nachvollziehen, dass man Gefängnis ist und so und dass man da richtig dagegen angeht gegen einen Händler, weil das schon wirklich krass ist, weil diese Substanzen schon mächtig genug sind, dass wir Leben kaputt machen. Aber Cannabis doch nicht. Weißt du, ich verstehe es einfach nicht, wieso man bei der Pornografie so lasch umgeht und bei dem anderen Ding so einen riesen Drama macht. Können wir uns da nicht denken, wo bei beiden in der Mitte ein bisschen annehmen, dass man beim Cannabis total lasch umgeht und dass man bei der Pornografie ein bisschen besser aufpasst, dass nicht jeder hin zum Kunster sich das im Netz anschauen kann, weil da gibt es echt ein paar richtig ekelhafte Sachen und perverse Dinge, wo ich mich frage, muss das sein, dass das 14, 15-Jährige schon einfach so sich anschauen können und dann vielleicht in einem falschen Verständnis haben. Man versteht ja in dem Alter noch gar nicht, dass nicht alle Erwachsenen so abgehen. Mit welchem Respekt soll man den Erwachsenen dann noch gegenüberstehen, wenn man sich vorstellt, der lässt sich da ein Arsch versohlen mit einer Pferdekopf Maske auf. Kann jeder machen, wie er lustig ist, verstehst? Hab ich kein Problem damit, auch diese Filme für Erwachsene. Peace out. P descobrir. Pferdekopf Tein Pferdekopf D Pferdekopf Pferdekopf D Pferdekopf D Pferdekopf PFERDKM